Tower Banker, beide Hallos. Wir spielen TTT und das war eine 1A-Mech-Begüßung, falls ihr es nicht verstanden habt. Und wir spielen TTT. Oh mein Gott, ich habe auch was. Hallo. Was hast du denn? Oh je. Oh nein. Ich habe keine Tröte mehr, ich habe einen Ballon. Shit. Boah, dieser Sound. Ricky, übertreib nicht immer. Ihr seid ja mit dem Regelwerk von Trouble in Terroristobene vertraut. Und ja, dann lasst mich das mal kurz erklären. Nein, wie geht das Spiel denn, lieber Mythos of Gaming? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine gute Frage, lieber KeggyLP. Also... KeggyLP. Achso, warte, wir können erst mal sagen, wer jetzt dabei ist. Es sind KeggyLP, es sind Mafexplorers, es sind Mythos of Gaming, es sind Ricky Mania, es sind der andere Mafexplorers und es ist Bolo. Okay. Bolo, wir sind LP, bitte. Die Mesh Bros. Wir sind in der Map unterwegs und wir sind an sich alle gleiche Typ mit Waffe, wir sollen uns nicht gegenseitig killen. Der Dreh ist, einer von den Spielern ist erstmal... Drei. Der ist relativ relevant. Achso. Ich, ich. Und die anderen beiden sind Traitor. Das heißt, die Traitor müssen versuchen alle anderen auszuschalten, ohne dass die anderen bemerken, wer die Traitor sind und die anderen wiederum müssen herausfinden, wer die Traitor sind und so funktioniert das Spiel. Es ist wieder so typisch, ich habe erstmal wieder den Sound, die Lautstärke eingestellt bei mir. Typischer Ricky. Also, ist denn schon jemand tot, ne? Hast du gesagt, wenn jemand tot ist, dass man nicht mal labern darf? Ja, genau. Und wer tot ist, der darf nicht mehr reden. Und wer hat da umgeschossen? Wer war das? Wer war das? Das kam von Recht. Nein, da ist jemand auch weggelaufen vorhin. Ja, ich bin hier, aber ich habe eine Shotgun. Aber einer von uns fehlt. Es fehlen sogar zwei Leute. Da hinten war doch irgendjemand bei ihm. Oh, er ist einer tot. Ich bin jetzt an der Rutsche. Achso. Ich bin an der Rutsche. Also einer von den Leuten anwesenden Traitor und der andere, der weg ist. Der ist mehr Suspekt. Der ist mehr Suspekt. Ist ja erst gut, SJ. Ich kann nicht Traitor sein. Hey, wir sind bei der Rutsche. Ey. Okay, Ricky. Du bist bei dir und Keggy. Alter, Keggy, was geht ab? Ich werde Keggy jetzt seinen Traum erfüllen und zwar war es Keggy's Traum, irgendwann mal zu rutschen. Oha. Das werden wir jetzt machen. Er ist noch nie gerutscht? Er hatte immer Angst davor. Lass ihn in Ruhe. Okay, Ricky, rutsch mit. Oh nein. Behaltet bitte die Leuchte im Auge. Oh, ich hab ihn. Geh zurück. Ich will Keggy mitnehmen. Ich dachte, der rutscht da runter. Achso. Keggy, komm. Ich muss aus dem Wasser rausstellen. Ich komm ganz schnell schlecht hoch. Warte mal. Ähm. Du kommst ruhig. Das sag ich mir auch mal jeden Morgen. Oh. Ricky war Traitor. Oh mein Gott. Nein. Gut gemacht. So. Wer ist der andere Traitor? Äh. Warum ist der Hund? Warum ist der Hund? Warum ist der Hund so lange nicht zu töten? Lass mich in Ruhe. Oh nein. Oh nein. So bitte. Ich bin kein Traitor. Ich schwör's dir. Alter, wie auf soll ich denn noch drauf schießen? Nein. Wieso? Warum random kitzst du mich? Ich dachte mir, der Ricky, der vertraut mir ein bisschen viel zu sehr. Er sollte mir nicht so sehr vertrauen. Wer hat mich am Anfang getötet? Ich war das. Ich war das. Ich konnte perfekt mit der Pantren auf deinen Kopf ziehen. Es war so super, wie alle nicht in Ruhe standen. So sieht's viel besser aus. Weißt du? Und wie ein Fall. Und alles so. Alter, ich wurde mit einer Huge gekillt. Alter, hier war eine große Waffe. Ganz schön. Mal darüber reden, wie lange ich gebraucht habe, wie ich's töten standen. Alter, fünf Jahre später. Hinter dir standen drei Leute und die haben nicht auf dich geschossen. Die haben gesehen, dass du auf mich schießt. Ja, weil du mich getötet hattest. Du hattest doch während du runterfällst, hättest du meinen ganzen Lebenslauf erzielen können, um mich zu verraten. Wieso, das wusste doch jeder, dass du's bist. Alter, ich hab ne Galil. Ich wusste dich nicht verraten. Die geile Galileo? War der so euer Lieblings-Galileo-Beitrag? Der über die Wasserrutschen. Ja. Einer von den 500.000 Beiträgen. Fünf? Der mit der im Dunkeln oder mit dem Looping, was weiß ich. Ich guck alle Fastfoods. Ja, egal. Alle Fastfoods. Aber die hast du doch alle selber gemacht, ne? Ja, ich... Ich dachte... Ich dachte... Ist das von Galileo, dieser ganz, ganz Fette, der immer diese Burger isst? Dumbo Schreiner war der Hammer, Alter. Dumbo Schreiner ist doch Maeve, dachte ich. Ja. Ist das nicht Maeve? Klar bin ich das. Ja, doch. Weiß ich doch. Aber was machst du da? Das kann nicht Maeve sein, denn Maeve verlässt seine Couchen. Ich wollte eigentlich diese Waffe nicht angucken. Stimmt's. Und als ich drüber rumgehen wollte, bin ich da ins Wasser gefallen. Was ist das für ne Waffe? Weiß es nicht. Gib mal auf. Was ist das? Der Farmers, Alter. Na, 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 na. Hey. Ich hab nur ne Waffe. Nee, ich komm den nur so hinterher, ja. Es ist der Detective! Dreh dich um! Dreh dich weg von mir! Dreh dich weg von mir! Ja, ich bin dir schon weg! Dreh dich nicht an! Dreh dich weg! Hinter dir ist der Rest Keggy. Der versteckt sich da hinten. Ich bin der! Dreh dich um, hab ich gesagt! Ich bin das! Alles gut! Ich hab mal ne Frage! Ich hab mal ne Frage zum Spiel! Ja! Sag mal nicht sonst immer die ganze Zeit die Namen über den Köpfen? Nein! Nee! Na, SJ, was hast du für ne Waffe, ha? Nur wenn du die anguckst! Gar nichts! Echt? Du hast irgendeine Traitor-Waffe, oder? Nein, hab ich nicht! Okay! Echt! Jetzt würdest du ne Waffe halten! Du würdest nicht mit deinen Waffen so rum spielen! Hallo? Geh weg! Was machst du da? Hey, SJ! Drück mal den Schalter hier drin! Welchen denn? SJ! Geh weg jetzt, Keggy! Passt mal SJ auf, ne? Nein! Also normalerweise, wenn man kein Terrorist ist, oder Detective, dann wechselt man auch nicht stumpf zwischen den Waffen hin und her. Und der hat das getan! Ich hab nur gut, guck du! Deine Anzeige! Du hast doch vorhin Probleme mit der Anzeige! Ich kann dich nicht hören! Wir leben jetzt ein Abenteuer! Ich höre nur Traitor, 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 Traitor! Woah! Woah! What the fuck? Woah! Warte! Ah ne! Entschuldigung, Kegel, Entschuldigung! Ich wusste nicht, dass du's bist! Oh! Ich wusste nicht, dass du's bist! Alter! Ah! Alter, wir einfach alle in meine Haul gelaufen sind! Geh weg! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Innocence! Ich stehe, du hast mich mit in die Luft gehalten! Ach, Fika! Ich hab dir gesagt! Du warst, du warst ja Kolorateralschaden! Alter! Der hat dir seinen einen Kumpel mit in Luft! Ich glaube, er wollte sich so ein cooles Abenteuer mit Ricky erleben! Ähm! Multi, multi, Ricky! Pass auf! Das ist mal ein Tipp für die Traitor! Man kann auf U, kann man für sein Team allein schreiben! U? Auf U! U wie Udo! U wie Udo! U wie Udo Lindenberg! Okay! Das erinnert mich an was! Und zwar hab ich mir heute ne Bildermilch gekauft! Und die konnte ich ja aufreißen! Und da stand dann dran, dass ein Sticker drin ist! Und das hab ich gemacht, hab ich meinen Sticker gesehen! Und das ist ein Sportler-Sticker! Wollt ihr mal meinen Sticker sehen? Hier! Mein Sticker! Das ist der Sticker! Von Karl Richard Frey! Und drunter steht Judo! Ich hab ja was anderes gelesen! Ich dachte dir, was hat diese Information mit dem Sportler zu tun? Zeig dir mal eure GIFs! Nein! Nein! Das kommt, wenn ich Traitor bin! Wenn ich Traitor bin, schau ich auf, es funktioniert! Ich zeig nicht mal ein GIF! Ich hab nicht mal ein GIF! Okay! Ich hab auch kein GIF! Why the fuck you're lying? Ich hab gehört... Wer hält euch im Auge? Wer ist eigentlich der Detective? Wollo! Ich hab gehört, dass das... Was denn? Dass nur die Traitor keine GIFs haben! Ja! Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ich würde gerne ein paar Worte mit dir wechseln! Nee, ist nicht! Maeve? Hm? Wollen wir zusammen in die Umkleide gehen? Alter! Sag doch gleich, dass du Traitor bist! Nein! Aber wir sind... Ich bin Traitor, weil wir zusammen in die Umkleide gehen! Komm mit! Komm! Abenteuer! Ja, warte! Ja, wo bist du? Komm! 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 Ihr bleibt draußen! Ey! Der Kegi ist ja auch ein bisschen auf. Fertig, oder? Ich bin doch gar nicht bei dir! Ich bin im Menü! Ja, du bist im Einkaufsmenü! Ja, du bist im Einkaufsmenü! Ich musste mich offline stellen! Nein! Aha! Da hast du gehört! Wollo! Ich hab's gehört! Da ist jemand tot! Ich bin auf deiner Seite, Wollo! Und da ist jemand reingelaufen! Lass mich vorlaufen! Geh weg da! Geh weg da! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich glaub, sie haben aber und Papa schreiten wieder! Ist er? Warte mal! Ja, das war ein Traitor! Okay, okay! Hier ist noch einer! In der Nebentür! Au! Wörst du! Fuck! Easy! Ich fühle mich betrogen! Ich fühle mich betrogen! Wir kriegen ja ein Abenteuer! Ich bin dein Candy-Bogen! Ja, wir werden mal darüber reden, was hier gerade passiert ist! Trace! Ich hab's wirklich gedacht, dass meine Idee das Beste ist, um mal nachzubeiden! Ich wusste nicht, dass ihr das da drüben auch sofort macht! Ich wollte das auch nicht! Ich war gerade mit einem Warnweg hier auf einmal da! Und ich dachte mir, das hat schon mal so gut geklappt! Vor allem in der Nebenkabine, in der Nebenkabine von Mock... Also eine Kabine ist auch frei, ne? Und der bleibt drin! Und der, der bleibt stehen! Und der, der bleibt stehen! Vielleicht ist der beste Plan! Sogegeben! Oh Mann! Oh Scheiße! Ich wollte gerade lieb kosen, ja! Dankeschön! Ich hab dich lieb kosen! Blei, ja! Lass mal... Ah, ich hab' Schrottflinte! Geil! Schrottflinte? Ich hab' ne Schrottflinte! Das klingt nicht so gut! Wer hat da die Spray? Ich hab' das Gefühl, dass eventuell ein oder mehrere Sonics hier im Gebäude sind! Ja! Innocent! Ich auch! Oh mein Gott! Ich hab' erstmal hier eine schöne... Warum? Ach du das! SJ hat auf mich geschossen! Nein! Hallo! Ich hab' auf das Gift geschossen! Es ist kein Gift! Geh' weg! Hab' ich gesagt! Ich hasse übrigens! Ich hab' gesagt, geh' weg! 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 Nein! Wer war da? Alter! Ich hab' beschossen! Mocki! Ich hab' gesagt, du sollst weggehen! Ja? Nein! Nein! Ich hab' nur gesagt, du sollst weggehen! Alter! Hör' auf zu schießen! Hör' auf zu schießen, Mocki! Wieso schießt' du mich an? Was?! Nein! Ja, wieso schießt' du mich an? Weil ich gesehen hab' das Backup ist! SJ! SJ! Schlag' ein! Ich hab' nicht gewarnt, Mocki! Ich hab' gesagt, geh' weg! Du wolltest' nicht hören, ne? Du musst dir gleich, als du auf meinen, äh, Mocki geschossen hast, das mit ihm was nicht stimmt! Ich dachte, ich darf mich an den Fuß... Man sollte mal sowas sonst tun! Keiner tut so etwas! Du Arschelock! Werty weiß Bescheid! Ja, ja! Nein! Den, den, den! Boah, ich bin fast gestorben! Ich bin gestorben! Ja! Ich hab' übrigens ne ganz schlechte Erfahrung mit deinem komischen, cool, äh, Bild gemacht! Ich hab' mich auf Twitter gepostet, dass ich was zum Geburtstag geschenkt bekommen habe! Und dann da runter gepostet! Cool! Ich weiß! Das war jetzt wieder super! Ja, so sollst du mal das Bild einsetzen! Ich dachte nur so, what the fuck, Alter! Ich hab's sofort mit deinem ekligen Unterton gehört, ey! Kommt der mit mir schwimmen? Ja, ich komm mit! Ja! Ich komm mit! Ich würde gerne mit dir schwimmen, Riqui! Du vertraust mir doch! Nee, verpisst! Ich hab' dich jetzt einmal straight und einmal innocent getötet! Ja, dankeschön! Oh, schön! Wollen wir zusammen in die Kabine gehen? Oh, wer will mit dir in die Kabine gehen? Riqui! Oh ja, Kabinensex! Komm! Das Wasser ist voll flach! Wer hat auf mich geschossen hier! Der ist flach wie deine Pizze! Das ist halt echt! Ohhhh! Wie meine Moni! Uuuu! Alter, wenn ihr so schwer dann nicht den Pool aktivieren! Warte mal, warum wir von hier? Ich geh mal, das ist eine gute Antwort, babe! Warte mal, Kekki! Was ist hier los? Ich weiß auch nicht! Ich vertraue euch einfach nur! Unter Wasser, unter Wasser, unter Wasser! Warte, du bist grad auf der gestandenen Kekki! Wo willst du hin, Riqui? Was? War's wirklich? Wo willst du hin? Ich will nur nicht jetzt wieder, dass wir alles zusammenstehen und es kommt nur Hone hier! Wir sind wieder alle tot! Die ultimative Lebensform! Wieso willst du uns einfach da zusammenpacken? Ah, ich ertrinke! Wie du ertrinkst! Okay, ich markiere mir, weil das Kekki suspekt ist, der ist schon ziemlich verwundert! Kur! Ich blute beim Ertrinken! Wieso? Alter, Kekki, ist es wieder soweit? Ist es wieder der Tag in dem Monat? Eigentlich hab ich einen schwachen... Ich guck mich nur um! Ich bin nicht, ich bin nicht Traitor! Wolle ist ja nie Traitor! Ich guck mich um! Ja, war ich auch bisher noch nicht! Halt bitte fest! Zeig deinen Spray! Natürlich waren wir schon zu nah aus! Sag Traitor! Ich bin nicht Traitor, also wirst du meinen Spray nicht sehen! Cool! Weißt du was ich dazu sage, ob der Wolle ein Traitor ist oder nicht? Und zwar das sage ich! Hm, was ist das für eine Information? Why the fuck you lying? Why you always lying? Ob mein Spray wohl geht? Ich weiß es immer noch nicht! Das finde ich überraschung! Geh oder? Wolle ich da mal Traitor x2 Was das geht? Ja! Wär gut der Wollo! Der hat Dinge gesehen! Opa Goat halt ne? Ich geh jetzt auch schon! Oh! Der Schuss hat sich aus Versehen gelöst! Das tut mir leid! Er hat sich aus Versehen gelöst! Aus Versehen! Wir wissen alle, dass wenn Esche... Nur dass ihr bescheiden wisst, ich bin auf der Rutsche! Wir werden schon alle tot! Ehrlich mal! Dass ihr nicht gleich denkt, welcher Spaß ist das? Ich bin das! Warum tanzen die so rum? Da traust du mir nicht? Huiiii! Ich bin doch gerade ein wenig gestört davon, dass der Mock mein Gesicht unter das Wasser gedrückt hat und ich keine Luft bekommen habe! Kannst du einfach nicht schwimmen! Oh oh! Wer hat der Watt? Was ist das? Jemand ist im Traitor Raum! Wo ist Wollo? Hier! Wer ist denn da gerade gerutscht? Ich bin gerade gerutscht! Ricky ist Traitor! Ricky ist Traitor! Ricky fehlt, Ricky muss Traitor sein! Nein, alles klar! Das ist ein Traitor Tester! Oh Gott! Äh... Es ist Pilz! Es ist Pilz! Nein! Hab keine Munition! Fuck! Okay, Pilz ist da oben! Bock ist es? Scheiße! So, komm her jetzt! Ricky, wir sind die letzten beiden! Also hör auf, deine Tarnung hier aufrecht zu halten zu wollen! Alter, Ricky, du bist sogar durch die Rutsche gerutscht! Das ist ein Traitor Tester, du Geiler! Das ist ein Traitor Tester, du Vogel! Scheiße! Oh Gott! Scheiße! Ach so, das ist ein Traitor Tester! Ja! Das Geräusch hat mich verraten! Wer ist der andere Traitor? Der Wollo? Oh nein! Ich hab keine Munition mehr! Komm her! Oh nein! Ich hab keine Munition mehr! Oh! Episches unter Wasserbett! Aua! 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 SJ, bitte! Ich hatte noch 6 Schuss Tübelei! Ich muss sagen, die Holy Grenade ist immer gut, weil wir alle immer auf einem Haufen sind! Wie die Hühner! Ich wusste nicht, dass das ein Traitor Tester ist! Ich bin einfach... Zum Zweiten machte ich! Und ich glaube, es war . Was ist ein Traitor Tester? Ich hab's aber nicht gehört! Wenn du durch die Rutsche rutscht und du kommt und ein A und machst , dann bist du Traitor! Und wenn du nicht Traitor bist, dann machst Pink! Ich hab dich auf Prinzip getötet, Ricky! Mach's Bing?! Aha! Und das Dumme ist, dass ich gerade zweimal daneben geschossen habe in meiner Silas! Du musst du mir denken, dass du schon zweitmal in der Rutsche warst und das erste Mal noch nicht wusstest. Beim zweiten Mal, beim ersten Mal wurde ich auch vom Mock gerandom killt, weil ich mit ihnen irgendwie kuschelt hatte. Ja, das war ziemlich super. Wollte da der große Riffel sein, ne? Ey, die Riffel sieht anders aus. Möchtet ihr eure Riffels eigentlich am liebsten geriffelt? Die Riffelchips hätte ich jetzt gerne. Was sind denn die Riffelchips? Weißt du, was ich mir heute gekauft habe? Geile Ketchupmäuse. Geil! Ketchupmäuse? Hatte ich noch nie. Ich kenne nur die weißen Mäuse. Sind die denn rot oder was? Nein, es ist halt so wie Pombäer mit Ketchup geschmackt, nur sind die von Kaufleute... Alter Pombäer, war der Wahnsinn! Das ist viel mehr von dem Zeug drauf. Product Placement! Nein, ich werde dafür nicht bezahlt. Ketchupmäuse sind die widerlichste Scheiße, die ich jemals gegessen habe. Mave! Mave! Du hast mir doch mal Ketchupmäuse empfohlen, als ich die kaufen soll. Mave, komm mal her! Komm her! Ketchup! Kommen wir jetzt alle da rein! Wo rein? Ich habe doch schlechte Erfahrungen mit der Kabine. Oh shit! Ich bin oben! Ich bin oben! Ich bin oben! Scheiße! Was habe ich verpasst? Also... Der Wollo ist Traitor. Wollo war Traitor. Siehst du Wollo, jetzt warst du doch mal Traitor. Schlechter Traitor. Oh! Nee, 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 du gehst weg! Mave, ich mach dir an! Nein, du gehst weg! Du Verstattung! Der Vogel nicht! Was ist denn da los? Der Vogel funktioniert nicht! Der Vogel funktioniert nicht! Wir sind so richtig Slapstick-mäßig. Oh Mann, ich konnte nicht anders! Ich meine, ihr seid da beide rein gegangen! Ich hatte die gerade eine Art, ich konnte... Da musste ich werfen! Oh, wir wollten beide doch gar nicht! Wir wollten beide gleich draußen und beide in der Tür stecken bleiben! Ihr werdet beide stecken bleiben! Ich rede hier zu einem Fett, weißt du? In der Tür ist der Stecken geblüht! Ich stell mir so ein Trashfilm gerade vor, wie beide so stecken bleiben in der Tür. Das war super! Und so hilflos mit den Armen so wackeln, wie diese Dinosaurier! Ja, haben wir ja auch! Wir haben uns umgeguckt und gekriegt! Aber ganz ehrlich, da war es sich schon angebracht! Da war die Holy-Hack-Grenade! Es ging einfach nicht anders! War sie eigentlich in jeder Situation, weil bis jetzt jede Woche eine Holy-Hack-Grenade echt viele gekillt hat! Die waren alle ziemlich gut bisher! Die waren echt richtig Holy Moly! Volli, wie ich Volo noch gedroht habe danach! Holy Macaroni! Ja! Wenn du dir das Feuer nicht eröffnet, hättest du auf mich jetzt richtig geschossen! Echt? Ach Scheiße! Weil ich dachte, du weißt, was ich einfach nur sagen wollte! Was sollst du denn sagen, Moggy? Ich wollte sagen, Mei, auch wenn du jetzt seit dem Feld, der dedikiziert hast, heißt es nicht, dass ich dir vertraue! Der letzten Runde! Ich bin, du bist Detective, ja! Reki, hau ab! Detective, du kannst mir vertrauen! Hau ab! Okay, wer ist Detective? Hört ihr das? Ich habe da eine Waffe gezogen! Was trägst du da, Keggy? Ist das eine Shatterwaffe? Hat hier jemand hier eine? Hat hier jemand da fucking geschafft? Pommes! 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 Alter! Haltet euch fern von mir! Seht ihr die fliegenden Emojis? Funktioniert bei einem von euch das Sound? Nein. Was kommt da für ein Sound? Alter! Jemand schießt auf mich! Wer war das? Okay, wir halten uns fern. Alter Schwede, was ist da passiert? Wer war das? Also, ähm... Okay, er war auf jemanden in das Wind. Okay, er kann es nicht sein. Ich geh mich mal umziehen. So, Wondo, warum bist du verwundert? Ja, wenn ich dabei auch getroffen wurde! Bei dieser Aktion. Diki, für was musstest du dich besser ausrüsten? Ricky, stell dich ans Glas. An die Scheibe davor. Ich will ne Schrotflinder haben, ich hasse alle anderen Wachen. Ich nehme immer ne Schrotflinder. Der gute Mann wurde mit einer Silence-AvP gekillt. Diki, warum? Das macht mich verdächtig. Aber ich stand direkt daneben. Ich bin Detective und ich sage, ich gehe cool. Und bleibt alle da, wo ihr seid. Geht alle vor mich hin. Wenn ich vor mich hingehe, gibt zu, dass er ein Traitor ist. Wo bist du denn? Ja, wir bleiben alle hier vor mir stehen, okay? In einer Reihe neben Eschai auch rein. Hier, komm der! Dann werden wir ein Spiel. Okay, bist du fett? Nein, nein, nein. Das ist so ein faires Spiel. E-N-E-T-O-N-N-I. Ich werde euch jetzt alle eine Frage stellen. Also Bummel studiert einfach. Ich werde euch eine Frage stellen. Fangen wir an Riki? Riki schießt auf mich. Das war... Das war... Das war... Das war doch... Ich wollte euch die Frage stellen, ob ihr Traitor seid. Riki lügt so schlecht. Riki, warum hast du mich umgebracht? Ich hab noch nicht... Ich hab auf Mock geschossen. Achso, danach wurde ich ihm von irgendjemand gekillt. Ja, Bummel hat es schon gebracht. Ich wurde getötet. Ich wurde getötet. Nein, also ich... Ich war ja schon Traitor. Es war ja schon gut, aber warum? Deine Reaktion war richtig billig. Ich sterbe und du sofort so der Erste, obwohl du ganz weit weg bist. Oh, Keggy ist tot. Aber unscheißig... Ich wusste echt nicht, dass du draufgegangen bist. Es war keine gespielte Dummheit. Es war eine echte Dummheit. Ja, aber von Riki nicht. Riki hat mich getötet. Oh, Keggy ist tot. Aber direkt... Oh, Keggy ist tot. Ich sollte meine Runde rutschen geben. Nicht, nicht. Ich war ein Stück von dir... Ich war ein Stück weg von dir. Ich hab eine Schrottwelle genommen. Ich kann dir eine geben. Wie lange läuft der Part eigentlich schon? Ewig. Ja, da läuft lang genug Ruhe. Das fragt man nicht. Ehrlich mal, du unprofessioneller... Anfänger. Genau. Hey, Volo. Hey, Volo, komm. Hey, Riki. In der zweiten Staffel hast du ihn doch irgendwie mal als vierstellig betitelt, ne? Geh rein. Wer ist vierstellig? Geh mir jetzt auf den Sack jetzt. Geh mir jetzt auf den Sack jetzt. Geh mir jetzt nicht auf den Sack mit sowas, ey. Oh! Was ist das? Wer ist gerutscht? Wer ist gerutscht? Wer ist gerutscht? Irgendwann war wieder beim Traitor-Tester. Und es war ein Traitor-Geräusch? Ja. Ja. Oha. In der waschen wird... Na, schon wieder rutschen. Wie soll ich gerutscht sein? So, okay. Okay, mein Rutsch. Die Reaktion hat sich so voll falsch angehört. Oha. Und ich tippe ja mal auf die Dummheit von Riki, dass er noch mal gerutscht ist. Ja, stimmt. Wo ist Riki? Oder wir das einfach mal merken. Riki liebst du noch? Mock. Da ist gerade einer gestorben. Was wolle? Der ist gestorben. Ist Riki. Ich glaub, der Pilze Unglaublichkeit... Ach so, da bist du. Ich glaub, der Pilze Unglaublichkeit hat sich gerade sehr strafbar gemacht. Ich kann mal darüber reden, dass du der Einzige am Task... Das war keine Fahrerflucht. Ich hab gesehen, dass andere Leute schon die Polizei geholt haben. Also... Hier liegt ein großer Error auf dem Boden. Was könnte das sein? Ich glaub, das ist eine Mine oder sowas. Oder eine C4. Krabbel mal drauf. Nein, danke. Bin ich jetzt der Letzte, der noch lebt? Tatsächlich geht mal... Das hat nicht funktioniert, Keggy, mit dem Bild. So, nur um das mal klarzustellen. Bei mir funktioniert. Wollte gerade jetzt doch mal das Bild hinsprayen und es ging nicht. Warum wolltest du ein Bild hinsprayen? Ja, weil ich mir dachte, komm, damit lockst du den Traitor an. Jetzt weiter hin. Hält er an. Wenn geiles Bild gewesen. Wo bist du, Keggy? Ihr seid nur noch zwei... Ihr beiden. Einer von euch ist Traitor. Tötet euch gegenseitig. Nein. Wo bist du, Keggy? Ich bin Detective. Ja. Als ob du Detective bist. Vertraut ihr nicht. Und ihr seid die beiden die Letzten, die noch leben. Entweder seid ihr beide Traitor oder der eine von euch ist Traitor. Entweder du zeigst dich uns oder wenn ich dich nicht sehen kann, existierst du nicht. Alter, ich schieße jetzt auf euch. Alter, der hat auf mich geschossen, der hat auf mich geschossen, der ist Traitor. Da ist er. Wo ist der Traitor? Hast du den Traitor? Er ist da hinten. Er ist da hinten. Die Ekelhaften. Ihr seid so ekelhaft. Ich ekel mich vor euch. So sehr. Also, warum? Ich hab mich noch nie vor eine Menschen so wie ekel, wie vor euch. Unnötig. Wir sind die guten. Von einem Traitor wie dieser müssen wir uns nichts sagen lassen. Ja, eben. So ein ekliger. Ich gebe auf die Rutsche. Erst mal das mit dem Bild falsch erklären und dann so kommen, ne? Ich glaube, ich kotze gleich. Ich spüre es schon. Ja, ich auch. Wenn ich so Traitor packen mit sehe. Ey, 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 ey! Was ist das Error da jetzt? Kegi, gut kombiniert, Detective, du Sherlock. Was ist das Error denn? Was ist das Error hinter dir, Moggy? Das Radio ist das. Ich hab ein Error hinter mir. Das ist ein Radio. Achso, ja. Ich hab ein Radio hinter mir. Warum habt ihr Errors? Ich hab kein Error. Ich hab ein Radio. Das ist ein großer Error bei mir. Professionell, Ricky. Bei mir auch. Wie ihr und ihr, ich verstehe. Ich möchte anmerken, das war ein gute Arbeit, Kamerat. Auf jeden Fall, ja. Ich möchte anmerken, dass Error ist spiegelverkehrt. Ja, effektiv. Egal, wie rum du siehst, es steht nie richtig Error. Oh, ich hätte sogar noch geile drei Credits. Rorre. Oh, fein. Wie viele Runden sind da eingestellt? Letzte Runde. Letzte Runde. Oh mein Gott. Die letzte Runde. Ding, 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 ding. Ich muss aufräumen. Ich nicht. Wer hat noch nicht, der will noch mal letzte Runde des Support. Oh. Ach so. Liebe Baben, liebe Beeren. Der wird langsam alt, oder? Schauen wir noch mal rückwärts fahren, Ricky? Richtig. Hau ab, Arschloch. Lass mal rückwärts, Bramsche. Wir gehen jetzt alle rutschen, alle, alle, alle hintereinander. Wir gehen jetzt alle hintereinander rutschen, okay? Sollen wir alle zusammenrutschen? Kommt, wir gehen jetzt alle rutschen. Kommt. Okay, alle gleich. Ich versuche nur gerade ganz kurz. Ich bin die Taktiv, ihr lauft jetzt vor mir her. Das ist so gar keine Gefahr für die Holy Cranid oder sowas. Hat jemand eine Schmutzwende für mich? Geh jetzt rutschen, Ricky. Nimm dir die Waffe und geh rutschen. Oh, nicht schon wieder. Ich möchte dein Gesäß im Auge behalten. Ich bin die Taktiv. Ich lasse dich jetzt laufen. Lauf. Ricky, schieß auf mich. Hä? Gibt's der? Gibt's aber keine Flüste oder was? Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ey, ich hab ihn. Bleib mal locker. Keggy, der letzte Schuss war drei Sekunden zu spät. Hallo. Ricky, warum identifizierst du mich nicht? Ricky, warum identifizierst du mich nicht? Ich bin der von Traitor. Hab ihn doch. Ich hab ihn doch erschrotzen, Mann. Erschrotzen? Also, Wollower Traitor. Okay, ich bin die Taktiv. Wer ist der Letzte? Morgi. Morgi redet auf einmal nicht mehr. Du weißt, ich hab Wollower erschrotzen. Morgi ist doch hier und hat gerade einen gemacht. Wo? Ah, das ist Ricky. Verpiss nicht. Hau ab. Geh weg. Hau ab. Nice. Ein ganzes Magazin auf Maeve geschossen. Es hat nicht funktioniert. Habt ihr mal kalte Füße bekommen, oder was? Das wir jetzt rutschen, dass wir nicht rutschen gegangen sind. Ich hab Wollower noch nicht mehr erschossen. Es war wirklich Maeve. Ja. Ich hab aber nur noch nachgeschossen. Dann bist du auch letztendlich. Ja, und dann hast du dich bei mir ein bisschen komisch gemacht. So weit auf der Verteidigung. Du warst mir sehr suspekt. Alter, ich hab nur einen Schuss getätigt und du tötest mich direkt. Macht es gut. Das war's vom Paar. Ja, das war's von dem Paar. Tschüss. Passt euch alle! Penis.